ja hallo und willkommen zu einem anderen video dieses video dreht sich um ein best of beziehungsweise um eine reaktion von mir weil der herr we know mix tricks ein best of hochgeladen hat nämlich ein best of von danny jeston und snelly snells ja aber mein bild ist ein bisschen zu groß deswegen so und da und dann würde ich mal sagen machen wir eine live reaktion was geht und wir spielen das mit 9 lisa malo hi okay das ist ein gutes item ja das ist gut gefällt mir sehr gut was ist das twinkler jetzt habe ich glück weißt du hast glück dann habe ich auch glück ganz einfach was glaubt er meine mother daddy und willkommen zurück bei shell shock live mit stylie styles hör doch mal auf mit diesen roller ich hasse ihn mehr wirklich gib mir lieber aids anstatt diesen roller dankeschön ich hab oh mein gott bitte nicht oh mein gott ich hab kein guck mehr auf die snipe was sei der kack okay wir nehmen dich vor zehn minuten auf deswegen lassen wir noch ein paar was geht leute mein name leute danny willkommen back bei shell shock live yeah hi hi was oh das muss weh tun oh mein gott ach du schein okay ich habe eine möglichkeit ich habe eine möglichkeit du hast eine möglichkeit alter sorry das war ein bisschen fies das ist jetzt wirklich meine einzige chance ja runterfahren kann digga warte mal hier oh nein das ist ein double damage ja nein 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 ich würde mich wirklich gerne treffen oh mein gott oh mein gott 80 damage ich wusste es dass er so viel damage macht ich wusste es du hast manchmal einfach keinen respekt oh mein gott jetzt musst du mich nur noch jetzt musst du mich treffen oder du hast verloren komm oh mein gott oh nein es trifft mich ich hasse mein lip es nicht einer davon trifft oder was ich glaube so ich weiß nicht ob ich weiß es nicht das kann man echt warte mal ich weiß es nicht das kann man echt als try not to love challenge machen ganz genau oh schon wieder habe ich gewonnen ich hasse es alter digga ich gewinne die ganze zeit bist du abends irgendwie schlechter als mittags nein wenn du startest dann hast du natürlich den ersten treffer und bringst mich in scheißsituationen wo ich gar nicht mehr rauskommen kann oh was soll ich tun warte warte vielleicht kann ich das double damage bekommen und dich treffen aber womit ach du hast einen backroller hä ne 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 ich hab das aber das kann ich ja auch weil das ja quasi so ein radius hat ach ja stimmt dann hast du es auch oh mein gott 80 damage digga und ich bin relativ gesichert naja naja oh scheiße naja ich weiß nicht ich weiß jetzt nicht ob die route noch stimmt ja die stimmt schon einer ist verloren gegangen mehrere sind verloren gegangen die wollen alle scheint nicht auf dich bringen ich hasse die dinge ja naja ja bist du bereit für die totale zerstörung ja ok bin ich ich bin total bereit was geht leute mein name leute danny ouch wow wow ich glaube ich nämlich auch oder obwohl vielleicht auch oh shit ja oh oh my god oh mein snyley ich hab ne somepil an bro ich hab ne somepil an bro ich hab ne somepil an bro der scheiße hat 129 schaden gemacht Wieso hast du deine Webcam angemacht? Achso, soll ich die wieder ausmachen? Nein! Ich mach jetzt aus! Nein! Ich bin nicht mehr da! Nein! Du machst hier nicht...oh scheiße! Nein! Oh mein Gott! Wegen dir bin ich tot! Wegen dir bin ich tot! Wegen dir bin ich tot! Wegen mir! Weil du hast mich abgelenkt! Wegen mir bist du tot! Du hast mich abgelenkt! Der Typ macht echt einen guten Eindruck! Ja, du bist tot! Hä? Du bist tot! Oh shit! Wir haben verloren! Wir sind kein gutes Team! Die Situation war am Ende auch relativ scheiße! Wir haben... Wir haben verloren! Gegen eins! Ja, gegen eins! Gegen eins! Was geht Leute? Mein Name ist Danny! Ja Stan! Willkommen back bei Shellshock Live mit... Smiley Smile! Ja! Aber weißt du, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht! Weil du hast mir einen Schätzchen Graben gemacht! Ja, das stimmt! Du bist jetzt relativ geschützt! Und schau dir mal dieses Teleport-Teile an! Wenn du das bekommst, gebe ich dir 10 Euro live! Per Video! Per Video! Per Video! Ja! Ich gebe dir, wenn du das teilen bekommst, 10 Euro! Okay! Da kann ich dir zwar einen Tag nichts zu essen leisten, aber ist okay! Hahaha! Wenn du mir nur uns triffst! Wenn du mir nur uns triffst! Oh, komm! Lied! Hahaha! Sorry! Tja, jetzt gebe ich Hände! Too late to say sorry! Hörst du mir leid! Du wolltest das Geld haben, okay? Ich will eins kurz loslassen! Ja! Das war echt super gekommen! Nicht den vororts bitte! Nein, ich muss noch nicht putzen! Ja, okay! Warte! Gib mir doch ne Schau! Ja, ja, okay! Ja, ja! Lass dir Zeit! Ich hab's nicht eilig! Ich finde das Ding, was ich jetzt schieße! Ja! Ist so schwer zu treten! Ich bin gespannt! Ich schau dir zu! Wir alle schauen! Nein, das ist der Bouncer! Was ist das? Ah, der ist schwer zu treffen! Aber, ganz ehrlich, der ist auch gar nicht so gut, muss ich sagen! Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht! Der hat doch nie getroffen, glaube ich! Kannst du mal ein bisschen Abstand halten? Du stinkst, Junge! Du stinkst! Äh, wie sehr? Von einer Skala von 1 bis, äh... 2! 10! Oh! So sehr! Du stinkst! Du hast dir, glaube ich, noch nie den Arsch abgewischt! Ich kann nichts dafür, wenn ich ein Club-Up-Bier habe, okay? Ja, Handkante, mein Freund! Handkante! Wofür ich die denn da? Stell dir mal vor, äh... Mutter Natur wollte wirklich, dass die Handkante für sowas geeignet ist! Haben die Rücken! Ja! Du hast recht! Auf der rechten Seite, nicht du! Ich rück grad auf der linken Seite! Oh shit! Oh! Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, weil... Weil? Es ist okay! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt hast du ein Problem, um mich zu treffen! Pass auf! Was geht, Leute? Mein Name ist Danny! Willkommen zurück bei... Schalter Live! Mäh... Äh... Mit... Wie viel Rüstung hast du? Bist du ein Lappen, Alter? Was? Bist du ein Lappen? Ich hab Rüstung geskillt! Digga, wie... Wie viel? Was? Du hast Tank geskillt und so weiter! Du hast viel mehr geskillt als ich! In der Rüstung, Alter! Die machen extrem viel Schaden, die Mieter! Bei deiner scheiß Rüstung, Alter! Ja, bei deinem Tank, bei deinem Lack... Ja, bei deinem Gesicht! Bei deinem... Bei deiner Mutter! Bei deiner scheißverdammten Mutter! He... Hat er Mutter gesagt? Oh mein Gott, nehm... Oh mein Gott... Hat er die Smank nicht... Komm schon! Mann! Ich hab das Gefühl, du wirst gewinnen! Ich kann nix machen gegen diese Rüstung! Einer! Ich bin stolz auf euch, ihr Bastarde! Oh mein Gott! Mega Nuke Was? 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 Das ist jetzt nicht wahr Du kannst Nuke in den Titel schreiben, ohne dass es clickbait ist Ja, und zwar, ich hatte dieses eine Video Und da habe ich als Thumbnail doch Ich weiß, ich weiß Habe ich Nuke, einen Nuke rein gemacht Und alle haben sich in den Kommentaren beschwert Wo war der Nuke? Oh mein Gott Aber jetzt Oh, Scheiße Okay, Sniley Okay Siley, hör zu, hör zu Hör zu Hör zu Ja Nein, ich liebe deine Mutter Okay Willst du mir auch was sagen? Nein, darfst du nicht Ende Das war's Oh mein Gott Oh mein Gott Boooooom Was geht Leute? Mein Name ist Danny Willkommen zurück zu einem neuen Video, da spielen wir Schnellstock Live Und du bist sehr weit weg von mir Wieso bist du so weit weg von mir? Wieso bist du so weit weg von mir? Weil du stinkst Ähm, das meint ihr normalerweise nicht so Du bist in der nächsten Runde hundertprozentig tot Kann ich dir jetzt schon sagen Du bist wirklich hundertprozentig tot Und ich kann dich hundertprozentig nicht töten Nein die war fucking Wieso sind wir wirklich Ey, die Runde lief gerade so kack, das tut mir leid Oh mein Gott Und du hast mich Du hast mich Oh mein Gott sogar Doppel Wow 5 Amor, 1 Schild. Okay, nix besonderes, aber... Ey, warte mal, ein Schild ist ein gutes Item. Achso, das war's schon. Das war's schon. Keine Abmoderation oder irgendwas. Noch was? Ein Snellis Nells. Also das? Vielleicht. Das haben wir angesehen. Black Ops, Black Ops. Nein, was? Das war's schon. Das habe ich im Livestream schon angesehen. Naja, ich glaube, das soll es gewesen sein zu diesem Video. Es soll ja nur eine Reaktion sein. Es war teilweise aufregend, teilweise richtig witzig. Und langweilig war es eigentlich fast nie. Nur manchmal ganz leicht für 2-3 Sekunden, aber nur. Aber ansonsten war es echt geil. Also, wenn du mich schickst, echt geiles Best-of. Ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen zu diesem Video. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei... The Forest Tomb Raider oder ein anderes Spiel oder sogar im Livestream. Also dann, sage ich tschüss. Euer Heike Let's Play ist raus. Pew! 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 Pew!